Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Es hat einen neuen Patch für Black Ops 3 gegeben, der ist aktiv auf dem PC und auf den aktuellen Konsolen. Die neue Versionsnummer lautet 37.25.30.4, jedenfalls auf der Playstation 4. Es wurde ein bisschen was geändert am Arena-Modus, an den Scorestreaks und an einigen Maps und wir fangen erstmal mit dem Arena-Modus an. Hier ist es so, dass die ganzen Regeln aus der COD World Liga übertragen worden sind für den Arena-Modus. Das heißt, man kann jetzt mit den Regeln im Arena-Modus spielen, mit denen auch die ganzen Qualifikationsspiele für die Pro Liga von Activision gemacht worden sind. Das heißt, dort sind die ganzen Regeln einfach angeglichen worden und ich nehme mal ganz stark an, dass das in der Zukunft weiter so gemacht wird. Das heißt, wenn es irgendwelche Regeländerungen gibt für die World League, dann wird das wahrscheinlich auch übertragen für den Arena-Modus, damit dort halt einfach immer mit den gleichen Regeln gespielt werden kann. Dann gab es außerdem einige Buffs, also Verbesserungen bei Scorestreaks. Hier ist leider nicht zu 100% bekannt, was denn jetzt bei welcher Streak gemacht worden ist. Da müssen wir einfach noch ein bisschen warten auf weitere Informationen. Allerdings, einige Leute haben natürlich schon so ein paar Streaks ausgetestet. Ich weiß zum Beispiel, dass anscheinend der Blitzschlag verbessert worden ist, der Hellstorm, der Dart und auch das Mutterschiff. Das sind jetzt keine offiziellen Angaben, Leute haben nur davon berichtet. Das heißt, am besten ihr testet eure Streaks, eure Lieblingsstreaks einfach nochmal aus dem Black Ops 3 und schaut, ob damit jetzt irgendwie ein bisschen mehr funktioniert. Weiter geht es dann mit den Maps. Hier wurden einige Clitches und Exploits behoben. Das heißt, so Stellen, wo irgendwelche Assis in die Wände reingehen konnten und so weiter, wurden behoben. Auch eine wichtige Sache, denke ich mal, was genau gemacht wurde. An welchen Maps wurde jetzt hier nicht bekannt gegeben. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis der Hauptpatch rauskommt. Das heißt, bis der nächste Patch rauskommt, bei dem man auch ein bisschen mehr runterladen muss. Denn dann wird es wahrscheinlich wieder Patchnodes geben. Das heißt, dann wissen wir, was bei den Scorestreaks gemacht worden ist und was bei den Maps gemacht worden ist. Bis dahin müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit den ganzen Scorestreaks sind nach diesem Patch. Bei welchen Scorestreaks habt ihr eine Verbesserung gemerkt? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin bleibt, ob es drei Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.